Hi, ich bin Julian. Hi, ich bin Ben. Ich bin Jürgen. Hallo, ich bin Flo. Hi, ich bin Johann. I'm Kat. Und das ist meine Band. Viel, viel Spaß bei dem FMA für die Tourproben. Ich freue mich auf die Tour. Ich habe die schönste Band der Welt. Ich freue mich auf die Tour. Ja, ich bin einfach voll froh, dass wir hier so ein paar Tage haben und üben können, damit das auch gut wird am Ende. Es ist trotzdem immer geil, nochmal die gesamte Tour durchzuspielen, alles ganz genau auszutüfteln und weil wir halt auch für die Tour uns neue Sachen überlegen wollten, ist es voll wichtig, dass man halt zusammensitzt und Ideen austauscht und so. Ganz ehrlich, Live spielen macht so viel Spaß und ich bin so ein krasser Mitsinger von allen möglichen Liedern und Sachen und keine Ahnung. Ich bin ja so ein krasser Charts-Hörer. Deswegen habe ich gedacht, kann man auch mal ein paar Charts spielen. Kann man doch mal machen. Nur halt welche, sage ich jetzt noch nicht. Also, aber es wird auf jeden Fall Bock machen. Schnell, bitte. Mach mal an, so ein Kick. Hau mal richtig rein. Ich mache schon so laut, ich kann. Mach mal doch so, ne? Will Ferrell macht das immer. Ach du Scheiße! Mit der Band jetzt macht mir das extrem viel Spaß, weil ich das gefärbe, dass die das voll verstehen, was ich so gut finde und was ich, wie ich die Sachen umgesetzt haben will und weil die auch schon cool drauf sind und selber Ideen einbringen und die Lieder ein bisschen verändern, sodass sie live werden, aber trotzdem nicht so viel verändern, dass man es nicht mehr wiedererkennt. Weil ich persönlich finde immer, wenn ich auf ein Rihanna-Konzert gehe und dann spielt die so überkrasse Version von irgendwie ihren Songs, dann bin ich immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich denke, hey, aber ich will doch das Lied hören, was ich sozusagen von der CD kenne. Was ich nicht aushalte, ist Satellite zu spielen in der Originalversion. Da müssen wir uns einfach immer wieder was Neues ausdenken, auch wenn die Leute das vielleicht nicht so 100% geil finden. Aber ich halte das einfach nicht aus, das in der Originalversion tausendmal zu spielen. Deswegen denken wir uns da immer neue Versionen aus. Und die Version für die Tour wird jetzt, glaube ich, extrem cool. Es wird sehr sphärisch und ich habe gesagt, es erinnert mich so ein bisschen an sowas wie eine 80s-Filmmusik. Ganz weird. Die Tour-Frohrfreude, Frau-Freude ist sehr, sehr groß. Ich habe extrem Bock. Es ist jetzt echt schon wieder eine fucking lange Zeit her, dass ich auf Tour war. Und deswegen freue ich mich total, weil Tour dann doch irgendwie immer nochmal ein besonderes Erlebnis ist. Und ich glaube, dass es extrem cool wird und dass es eine sehr, sehr geile, kleine Tour wird. Es sind ja wirklich nur sechs Termine, also es ist gar nicht viel. Aber ich glaube auch, dass es eine wahnsinnig coole Vorbereitung auf die Tour wird, die wir dann im Februar nochmal spielen. Wofür es ja noch keinen Tag Karten gibt, aber die dann sozusagen, ich glaube, nach der Tour erhältlich sind. Wir kümmern uns gerade ums Rooting. Das heißt, wann sind wir wo, in welchen Locations. Und ja, ich freue mich einfach mega krass. Das wird, glaube ich, super geil. Ja, ich freue mich. Klar habe ich andere Standbeine, jetzt wie zum Beispiel Werbesachen, sowas wie L'Oreal oder, ich weiß nicht, Fernsehgeschichten oder so. Aber all das resultiert nur daraus, dass ich Sängerin bin und Spaß an anderen Sachen habe. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass mein Beruf oder meine Berufsbezeichnung auf jeden Fall Sängerin ist, weil ich mich schon sehr wohl fühle. Und ich glaube, dass das mein, ja, dass das mein Beruf ist, Sängerin zu sein. Und alles, was da mitkommt, ist für mich einfach sozusagen a dream come true. Weil, ja, irgendwie finde ich schon krass. Also, bin schon sehr, sehr dankbar über das, was ich so machen darf den ganzen Tag. So, ich sage mal, das wurde es schon wieder. Ja, tut mir leid, falls das jetzt nicht so ganz so aufschlussreich gewesen ist. Aber ich will ja auch nicht alles verraten. Am 21. Oktober geht die Tour dann auch schon los. Dann schaut doch einfach mal vorbei. Am 21. geht es in Berlin los. Und dann geht es in ganz vielen anderen Städten weiter. Ich freue mich ganz toll auf euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich schicke euch ganz viele Küsse. Adios, amigos. Bis zum nächsten Mal.